Dieser eine Kumpel mit dem Billig-Headset. Yo, Bro, hast du Bock zu zocken? Klar habe ich Bock, aber lass noch kurz auf Lukas warten, der wollte auch noch mitmachen. Och, nee, ey, der hat wirklich so ein Kack-Mikrofon. Ja, das stimmt, aber er meinte heute zu mir, er hat sich ein neues geholt und diesmal ist es wirklich ein gutes. Oh, na, wenn das so ist, warten wir kurz. Yo, Jungs, was geht... Alter, was ist das denn? Das ist mein neues Headset, diesmal habe ich wirklich Geld ausgegeben. Digga, das hört sich an, als würdest du durch eine Dose sprechen. Was? Das kann nicht sein, das war wirklich teuer. Wie viel hat das gekostet? So, 15 Euro. 15 Euro? Wir könnten es ja wenigstens mal versuchen, eine Runde zu spielen. Versuchen? Sag mal, hörst du das nicht? Digga, es knistert übelst und der sagt nicht mal was. Das kann doch nicht sein, das ist brandneu. Warte mal, ich probiere das mal zu fixen. Ey, Mann, ich wollte doch einfach nur zocken. So, jetzt müsste es eigentlich besser werden. Hallo? Hallo? Test, test, hört ihr mich? Also jetzt müsste es eigentlich besser werden. Ich meine, wenn ich so rede, dann sollte...